Das wäre fast besser. So. Genau. Na wunderbar. Aufgenommen wird eh noch. Sehr gut. Nicht, dass es mal wieder so geht, dass ich da quatsche und quatsche und quatsche und spiele und spiele und alles und fröhlich bin und... Ja, dann schaue ich da rüber nach rechts. Oh, ja, der nimmt mir seit der Stunde gar nicht auf. Juhu, alles umsonst. Glück hatte ich da noch einen... Speicherstand hatte ich mir gesichert. Und da haben wir noch mal alles gemacht. Ist ja nicht so. So, hack schneller. Dann muss ich hier den Holzboot natürlich auch noch mal rausreißen, weil hier ist ja dann auch wie drin. Cobblestone. So. Hier. Muss ich noch rüber. Ach, dieser dämliche Kies. Mag dich nicht. Ja, na wie viele sind da gleich drin? Ich wollte schon sagen, ja, das war's. Ja, gar nicht. Fängt da vorne eine neue Kiesquelle an. Super. Nein, kann ich hier noch in die Tiefe gehen? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, gut. Ei, 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 ei. Wacht, da fällt noch mehr runter. Dann falle halt. Ja, ich würde sagen, das reicht fast. Ich will's hier auch gleich so machen, falls ich wirklich hier grad bin, dass ich von hier auch sagen kann, ne? Fahre ich halt von hier zum Portal und muss nicht erst Hauptbahnhof zurück und... dann Portal, sondern dass ich da auch gleich hinkomme, dass ich da wirklich gleich so ein ganzes Netz aufbaue. So. Machen wir hier mal eine Wackel rein. Da oben irgendwelche Rohstoffe. Nein. Dann würde ich so hier von hier gesehen das Holz nochmal raus machen. Ja. Ja, die ist ja gut gesetzt, ja. Wie immer. Ja, die ist ja gut. Ja, das ging. Äh, och. Ab hier genug. Hopp, hopp. Alles klar. Das macht mir keine Angst. Ja, hier muss ich dann noch überall Ranken runter wachsen lassen. Und, ja. Jetzt waren wir die ganze Zeit runter in der Nähe vom Skelett-Spawner. Deshalb stehen jetzt noch Skelette drin. Aber die anderen kann man ja jetzt eh schon mit der Weile... Aber die anderen kann man ja jetzt eh schon mit der Weile... Ich will jetzt noch schnell nochmal 30 Level sammeln und dann mache ich mal ein bisschen gleich noch eine Axt. Das kann ich auch schon da gleich mal hier umwandeln. Das kann ich auch schon da gleich mal... Ja, eigentlich in Ordnung haben wir schon 19. Da gehen sich schon ein paar Boosterschienen aus. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Da ist da irgendwie was brauchbares drin. Ich will Knochen schauen. Ja, echt ein Wahnsinn. Okay. Die lege ich mir gleich mit. So. Was könnte ich denn noch brauchen? Setzling. Kann ich auch drüben rein drohen. Spinnenauge gibt es hier eigentlich gar nicht. Dadurch, dass ja... Hier eh keine Spinne gibt. So. Puh. Ich würde fast sagen, wir machen das jetzt nochmal anders. So. Wir brauchen da jetzt mal ein Bargolschwerter. Die kann ich ja sonst eh nicht brauchen. Und die Monster so schnell gehen. Die Rätseln sind hier gerade gut genug. Oh. Seht nur, wie die Level wachsen. Ist das nicht färlich. Oh. Schon wieder. Das hat sich jetzt angehört, dass wir da hier wieder eine explodieren wollen. Oh. Oh. Na ja. Das, das, das weg. Was ich einfach mal noch drüben. So. So. Die beiden machen wir wieder zusammen. Oh. Nie wieder Bögen herstellen. Einfach der Hammer. So. Nehmen wir die nächsten drei. Oh. Die hat ja auch mal die wegbekommen. Ob die auch mal wäre eine so... Art kaputte Diamantrüstung? Das wäre ja auch nicht schlecht. Na ja, gleich haben wir ja wieder Level 30. Ehrlich gesagt, das dauert ja ehrlich gesagt nicht mehr mal so wichtig für 5 Minuten, oder? Einfach paar Monster zusammen warten lassen. Das ist echt geil. Hauen wir den mal noch hier mit rein schnell, damit ich den Rest hier besser raus... Das, 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 das. Das, das und das. Uh, wow. Ein Goldrestong. Flusspanzer. So. Das auch noch, das, das, das. Und ein Lederhelm. So. Dann noch Sprengwulfer und noch Knochen. Moment, ich... Nö. Jetzt bin ich plötzlich voll. So, nehmen wir da noch mal ein Schwert. Da kommen wir wieder Platz in der Kiste. Oh, da ist die Knochen. Juhu. Gell, das ist der XP von Ewa. Wer was anderes behauptet, der lügt. Oder sollen wir nicht zeigen, wo es noch geiler geht. Ich kann das schon nicht mehr rein drohen. die Kiste ist der Hammer. Die Kiste ist voll, die Kiste ist voll, die Kiste ist so voll. Und der Bogen ist jetzt schon grün. So, kann ich hier noch was aufsammeln? Ach, weißt ihr was? Weil es so schön war. Weil es so schön war. So, alles aufsammeln und rein in die Kiste. Hier, 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 hier. Hier. Oh, das hat keinen Platz mehr. Naja. Ich hab noch mal eines. Ich muss nochmal metzeln. Tut mir leid. Ach, Salz. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ach, schon wieder zwei. Verarsch mich doch nicht, Junge. Äh. So. Wir sind sie. Sammeln, sammeln, sammeln. Zack, zack, zack. Äh. Verdammt. Wie blöd liegt denn das da drin? Oh nein, den Golden Nugget. Naja, kann nichts machen. So. Ich geh jetzt aber auf sicheren Weg. Oh, sogar da ist was runtergefahren. So. 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 Und. Hopp. Okay. 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 Jetzt geh ich aber bevor die da wirklich ausbrechen. Lauf, 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 lauf. Ah, auch ein schönes Lied. Castaways. Ach, ich kann nicht laufen mehr. Und mehr niemand in meinem Geheimversteck. Hier sind wir. Grüß euch. Oh mein Gott. Jetzt werden alle aufschlagen. Oh nein. Haltet ihn auf. Der verschwendet seine Diamanten. Prügel ihn nieder. So, wie gesagt, hier auch am liebsten Effizienz drauf. Haltbarkeit muss gar nicht sein. Aber wenn's drauf ist, ist auch okay. Eins. Zwei. Drei. Effizienz, Haltbarkeit. Glück. Aha. Das geht auch. Nein. Du Depp. Hau sie nicht weg. So. Gut. Äh. Das müsste jetzt zur Folge. Was ich bald sehen. 104 sein. Ähm. Ist das so richtig im Kopf? Nein. Ja. 104 sein. Ähm. Pflaster, 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 Pflaster. Pflaster. Äh. Pflaster. Pflaster. Äh. Pflaster. Ki, 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 ki. Kies. Kies. Was hab ich hier. Äh. Gebotteser Stein. Eine Falltüre.